Es gibt viele Arten von Affen auf diesem Planeten. Affen leben vor allem in tropischen und subtropischen Regionen von Amerika, Afrika und Asien. Die am weitesten verbreitete Art des Affen ist der Homo sapiens sapiens, der auf der ganzen Welt bis auf in der Antarktis lebt. Es gibt viele Arten von Affen. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und der Mensch. Sie sind alle Menschenaffen. Viele Wissenschaftler nehmen an, dass der Mensch sich aus dem Affen entwickelt hat. Ein Mensch erkennt man meistens daran, dass er aufrecht geht und zwei Augen hat. Er kommuniziert mit seinen Artgenossen wie am Mund, das heißt er ist in der Lage zu sprechen. Falls Sie einen Affen sehen, rufen Sie bitte schnellstmöglich die unten stehende Nummer an. Affen leben durchschnittlich 10 bis 15 Jahre. Menschenaffen können in freier Wildbahn 35 bis 50 Jahre alt werden. Menschen deutlich älter. Hier können Sie einen Affen auf Kokain sehen. Affen, die Kokain konsumieren, werden durchschnittlich nicht so alt wie der Durchschnitt. Das könnte daran liegen, dass der Durchschnitt kein Kokain konsumiert. Schlaue Affen können sehr schlau sein. Hier sehen Sie einen Bus. In diesem Bus sitzen viele Affen. Die Kokain konsumierenden Affen sind nicht so alt geworden wie der Durchschnitt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.